Eine Frage. Was habe ich euch da gezaubert? Das ist wunderbar, Olaf, wie du das in der kurzen Zeit auch geschafft hast. So schnell. Ich habe eine Frage, was kann man für Kater machen? Für oder dagegen? Gegen Kater. Ich trinke ja nie. Ich habe gestern ja wohl meistlich noch Rollmöpse gekauft. Das wirkt bei mir immer sensationell. Rollmöpse nach einem Kater, das ist total klasse. Also merkt euch das, Rollmöpse. Aber es gibt doch ganz viele Leute, die irgendwie Orangensaft mit Tobasco und Ei und so richtig eklig, so richtig widerlich. Da wird es einem ja eigentlich eher schlecht. Ich möchte wissen, was Frank Lämmermann gerade in München macht. Wir schalten zu Frank Lämmermann und gucken, was im München abgeht. Ich habe gar nicht geguckt. Ja Berlin, ich sage euch, ich bin mit euch. München rucht besser, als ihr euch jemals erwartet habt. Berlin, München rucht besser und ich zeig's euch mal. Ja, 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 erst mal. Ich begrüße euch und sage euch, ein gesundes, neues Jahr. Und eine kleine Laomamelle. Nein, wir fangen da an mit einer kleinen Laomamelle. Ja, super und weil es so schön ist. Ticke, 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 ticke. Ticke, 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 ticke. Ticke, 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 t Lieber Gott, danke! Ja, ihr seht, wahnsinn, die Stimmung, unglaublich! Schwingt noch mal rein, Berlin, zieht euch jetzt grad! Und gebt noch mal alles für Berlin! Wir sind besser! Wir sind besser als Berlin! Besser als Frankfurt! Besser als die ganze Welt! Habe ich recht? Ja, ja, ja! Und eine Sache noch, Berlin, ich muss euch sagen! München ist einzigartig! Was ist München? Wahnsinn! Ich sage noch einmal, weil's so schön ist! Ticke, 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 ticke! Ticke, 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 ticke! Und noch alle einmal die Hände nach oben und wir winken noch mal! Tschüss! Yes! Danke! Erste Baby! Happy Millennium Baby! Happy Millennium Baby! Und das spitzenmäßigste ist, das Kind ist auch noch ein Zwilling! Der eine Teil ist quasi vor Mitternacht zur Welt gekommen und das andere Teil, also der andere Teil ist nach Mitternacht zur Welt gekommen. Einer ist super klasse, oder? Bitte was? Ist das einarmig auf die Welt gekommen, oder wie? Alles Gute, Happy Millennium! Ihr könnt euch unser sehr gut merken. Genau. Besser als ich. Ich will mir gar nicht mehr merken. Yvette, Marcel, ihr macht weiter. Wir können jetzt endlich feiern. Frankfurt. Ich will nicht dazwischen. Habe ich gerade Frankfurt gehört? Dann gucken wir doch nach Frankfurt. Frankfurt!